Spongebob, wir brauchen nicht lange fackeln, göttlich. Spongebob ist göttlich. Es gibt so viele Folgen von Spongebob, die einfach nicht zu übertreffen sind. Die Grusel-Folge, wo Spongebob seinen Kopf so schneidet, in so einer Form, damit er unter dem Laken gruseliger aussieht. Und was sagst du? Perfekt! Die Folge, wo Thaddeus hinten ganz viele Krabbenburger gefunden hat und dann fett geworden ist, weil er alle Krabbenburger gegessen hat. Was machst du hier? Tja, ich hab was, äh... Und wieso ist der Burger-Tresor offen? Oh, weil ich dachte... Und wieso hältst du einen Burger hinter deinem Rücken? Ich, 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 tja, ich, ich, nein, äh... Und wieso bist du so schrecklich nervös? Und wieso schwitzt du so stark? Und wieso siehst du so hungrig aus? Und... Oh mein Gott, ich war so, Digga, ich wär gern in diesem Raum, wo Krabbenburger gesammelt werden, äh... Ich hätt alle reingebissen, mhm... Jetzt krieg ich wieder Hunger, Chat. Und dann kann ich einfach... Ey, das erinnert mich an den Hut von diesem Jeremy Jenkins von Spongebob. Dieser Nummer 1 Hut, wo so Dosen an den Seiten waren und da waren so Schläuche. Kennt ihr euch dran erinnern? Ne Million Dollar! Ich hab ne Million Dollar!